Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Jujo Self-Inspiration Kids Club. Ihr seht schon wieder ein tolles neues Kunstwerk von Mimi. Hallo Mimi. Hi. Mimi ist wieder da und sie hat etwas Wunderschönes gemalt. Also wunderschön, es sieht auch ein bisschen frech und gefährlich aus. Das ist Stitch aus dem Film Lilo und Stitch. Das ist ein kleines Monster, glaube ich, ne? Alien. Ein Alien, okay. Super niedlich auf jeden Fall. Und wie Mimi das gemalt hat, das sehen wir jetzt. Und wie Mimi das gemalt hat, das sehen wir jetzt. Und wie Mimi das gemalt hat, das sehen wir jetzt. Und wie Mimi das gemalt hat, das sehen wir jetzt. Und wie Mimi das gemalt hat, das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020